Musik Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans, ich habe mir für diese Wintersaison im Europapark was ganz Besonderes ausgedacht, beziehungsweise für die vorweihnachtliche Adventszeit und in diesem Fall habe ich mir gedacht, hm, ein Adventskalender, jeden Tag ein Video, das scheint mir ein bisschen aufwendig und dann habe ich mir überlegt, einfach so eine Art Weihnachtswichtel zu machen. Da werde jetzt bis zum 24. Dezember, also bis Heiligabend, über die Adventszeit verteilt immer mal wieder kleine Videos online kommen mit kleinen Gewinnspiele. Heute gibt es schon was zu gewinnen und zwar eine kleine Emotions-Card und wie ihr die gewinnen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Über YouTube sind Gewinnspiele ganz schwierig, weil ich unter den Kommentaren die Leute nur sehr schwer erreichen kann. Auf Instagram findet ihr einen Beitrag zum heutigen Gewinnspiel und da müsst ihr ohne mir zur Folge, das ist überhaupt keine Bedingung, einfach einen Kommentar drunter setze, schreibt irgendwas drunter, am besten was, was mit der Wintersaison zu tun hat und am 5.12. werde ich dann das erste Gewinnspiel auflösen und die entsprechende Person, die diese Emotions-Gutscheinkarte im Wert von 15 Euro gewonnen hat, auslösen. Ich freue mich auf die Zeit, ich freue mich auf viele coole und kleine Gewinnspiele. Am 24. Dezember gibt es natürlich dann auch was Größeres zu gewinnen. Und von mir war es das jetzt, ich genieße jetzt die vorweihnachtliche Zeit hier im Europapark. Bis dahin, bleibt dran, ciao! Bis dahin, bleibt dran, 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 bleibt dran. Vielen Dank.